So Leute, jetzt nochmal hallo, schöne Grüße aus Ulm. So Leute, jetzt nochmal hallo, schöne Grüße aus Ulm. So Leute, jetzt nochmal hallo, schöne Grüße aus Ulm. So Leute, jetzt nochmal hallo, schöne Grüße aus Ulm. So Leute, jetzt nochmal hallo, schöne Grüße aus Ulm. So Leute, schöne Grüße aus Ulm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also hier müsstet man auf jeden Fall mal übernachten. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Schade, dass das nicht geklappt hat. Aber man kann das immer nochmal machen. Auf jeden Fall eine sehr geile Stadt. Schöne Grüße an der Timon, der hier unten lebt und wohnt. Also hier kann man sich austoben, fotografisch und filmtechnisch kann man hier richtig geil was rausholen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fahre jetzt wieder heim. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier. Kommt auf jeden Fall nochmal gern wieder. Und schöne Grüße an die Groblenser, die mit mir noch unterwegs waren hier. Danke für das Bier ausgeben und vielen Dank für alles. Auf jeden Fall eine geile Tour mit euch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Weil die übernachten hier. Macht es gut und bis im nächsten Video. Und schöne Grüße aus Ulm. Bis zum nächsten Mal.